It's your boy, Skinny P. Willkommen zum aktuellsten Apex Legends Guide. Heute geht es um Mirage der letzten Legende, die wir vorzustellen haben. Mirage hat, so wie die anderen auch, drei Fähigkeiten. Die erste ist die passive Fähigkeit, die nennt sich Zugabe. Die zweite ist die taktische, mit dem Namen ausgeflippt. Und die dritte ist die ultimative, mit der Bezeichnung Entschwunden. Bei der passiven Fähigkeit wird ab dem Moment, bei dem du genockt wirst, ein Köder platziert und du hast fünf Sekunden lang Zeit, mehr oder weniger unsichtbar, dich von deinem Köder wegzubewegen. Die Feinde sehen deinen Köder und versuchen den dann zu downen und du robst halt so fast unsichtbar weg. Man sieht dich zwar schon noch mit so einem gewissen kleinen Schleier, aber darauf achten die wenigsten mitten im Gefecht. Generell gehen die meisten eh nicht direkt auf den Kill, weil sie ja erstmal noch mit deinen Mates kämpfen müssen. Aber dennoch kannst du dich damit oftmals vor Leuten retten, die dann doch direkt auf den Finisher gehen wollen oder halt auf dich draufballern. Die zweite Ability ist die taktische, wie gesagt, die nennt sich Ausgeflippt, wobei ich sie eigentlich als Köder bezeichnen würde. Denn mit dieser Fähigkeit schmeißt man einen Köder in die Richtung, in die man schaut bzw. zielt. Diesen Köder könnt ihr auf verschiedene Art und Weisen benutzen. Wenn ihr vor euch irgendwo auf den Boden zielt, dann läuft der Köder genau dahin, bleibt dort stehen. Wenn ihr in die Ferne schaut, dann läuft der Köder einfach in die Richtung, in die ihr geguckt habt. Immer weiter, bis er verschwindet. Und das ist eine ganz schön weite Strecke. Der Köder kann bereits über kleine Hindernisse nicht drüber. Das heißt, wenn ihr über so eine kleine Mauer drüber ködern wollt, dann müsst ihr kurz springen, damit euer Köder in der Luft abgesetzt wird. Dann macht er auch nochmal so eine Art Mini-Jump und kommt halt eben über eine kleine Mauer drüber. Große Mauern sind sehr schwierig zu überködern. Der Köder ist für eure Mates und für euch natürlich markiert als Köder. Ihr seht, dass es kein richtiger Spieler ist, aber Spieler sehen das eben nicht. Die denken sich wirklich, da läuft ein Mirage und schießen auf den. Bei meinen bisherigen Spielen wird zu 100% auf den Köder geschossen. Immer. Mit dem Köder könnt ihr also feindliches Feuer von euch ablenken, beziehungsweise gucken, ob jemand in der Nähe ist, indem ihr den Köder einfach in einen Bereich vorrennen lasst, der noch nicht erforscht wurde oder indem ihr wisst, dass da Leute sind. Und was das Ganze noch ein Stück weit cooler macht, ist der Fakt, dass ihr seht, wo der Gegner stand, der auf euren Köder geschossen hat. Ihr bekommt den richtig angezeigt. Mit Entfernungsmessung in Metern. Diese Fähigkeit wird dadurch extrem mächtig, weil ihr einfach sehen könnt, wo die Gegner stehen. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr mit eurer Decoy oder mit eurem Köder eben in eine Falle lauft, also in eine Caustic-Stinkefalle zum Beispiel, dann seht ihr genau, wo dieser Caustic, der diesen Stinkebeutel gesetzt hat, im Moment steht. Auch wenn er schon ewig weit weg ist. Ich gehe davon aus, dass das Gleiche für jegliche Art von Schaden zählt. Das heißt, wenn jemand Granaten auf euren Köder wirft, dann müsstet ihr ihn auch sehen. Das konnte ich aber noch nicht testen, weil halt noch keiner Granaten auf meinen Köder geworfen hat. Ihr könnt den Köder an Lootboxen schicken, dann sieht das so aus, als wenn er da halt gerade looten würde, der schraubt dann an sich rum und es scheint so, als wenn er da irgendwas machen würde. Die Gegner werden zu, in meinem Fall, 100% auf diesen Köder schießen und glauben, dass das eine ganz normale Person ist. Damit könnt ihr also auch perfekt flankieren. Ihr schickt den Köder links und geht dann rechts. Die Gegner fangen an, auf den Köder zu ballern und ihr kommt von hinten und klatscht sie weg. Nun kommen wir zur Ulti. Die nennt sich, wie gesagt, Entschwunden. Anfangs dachte ich, dass das die schwächste Ulti ist, die man so im Spiel machen kann. Sie ist auch schwächer wie die taktische Fähigkeit von Mirage, finde zumindest ich. Also alleine schon aus dem Grund, weil ihr die taktische Fähigkeit alle 12 Sekunden machen könnt. Das heißt, ihr könnt ständig so einen Knilch vorrennen lassen, der für euch eben ködert. Bei der Ulti entstehen um euch drumherum ganz viele Kopien von euch, die aber einfach stehen. Ihr seid kurzzeitig in der Mitte, also gerade wenn ihr das Teil halt spawnt, seid dann so gut wie unsichtbar und könnt davonlaufen. Man sieht euch zwar auch mit so einem gewissen Schleier, aber darauf achtet so gut wie keiner, weil eben erstmal alle perplex sind, dass da so viele Mirages rumstehen. Während ihr diese Ulti benutzt, könnt ihr euch nicht heilen oder schießen. Ihr könnt halt einfach nur davonrennen. Man rennt dann einfach an irgendeinen Ort, heilt sich auf und schickt am besten, weil es mittlerweile bestimmt längst wieder fertig ist, einfach nochmal die taktische Fähigkeit weg, sodass die Gegner da drauf schießen, beziehungsweise da hinterher rennen oder wie auch immer. So weit, so gut. Damit wären alle Legenden erstmal abgehandelt. Das waren jetzt diese Basic Guides. Ich kann auch gerne bei Bedarf nochmal Guides machen, die etwas tiefer in die Materie reingehen, wobei ich das bis jetzt noch nicht für alle kann. Da muss ich mich erst noch ein bisschen mit so ein paar Legenden beschäftigen, um da auch dementsprechend was raushasseln zu können. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und auch vielen Dank für die Kommentare, Likes und so weiter. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Outro